hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play final fantasy 14 und wir sind hier zurück in grenadier und gott ist der nackt wirklich nett die sind viele hübsche charaktere das ist wow okay ja gott warum ist hier eigentlich gerade so richtig geiler sonnenuntergang voll cool so wir wollen die quest abgeben bin gerade immer noch überlegen wie viel gibt es eigentlich für die quest beziehungsweise warte mal ich muss aber ganz kurz gucken ob wir danach noch irgendwie eine sechzehner quest haben oder ob es dann sagt in die 17 reingeht war ansonsten müsste ich halt mal gucken dass ich die schurken dann nehme ruft der toten angeblich sind denn noch eine geben in dem 16 16 bereich gespannt wie viel kriegen wir denn dafür 14.000 okay wir riskieren es einfach ah da bist du ja wieder den göttern sei dank ich hatte mir schon sorgen um dich gemacht badon hat sich zwar in den höchsten türen gelobt aber man weiß ja nie oh ja levin ist im augenblick nicht hier aber ich danke dir auch in seinem namen das ist ein großen dienst erwiesen es ist wirklich sehr beruhigend auf eine fähige abenteuerin wie dich zurückgreifen zu können in letzter zeit reißen die probleme nicht einfach nicht ab ja es gibt so viel zu tun dass wir kaum noch genügend helfer finden das bedeutet natürlich dass genug arbeit für abenteuer gibt doch leider übernehmen sich einige von ihnen und werden dann verletzt aber das tod ist deine schuld wenn du nicht ewig gebraucht ist um ihn zu heilen hätte er überlebt aber es ist doch außer reichweite er ist doch außer reichweite gelaufen bevor ich den zimmer wirken konnte alles ging so schnell er war von anfang an nur zu ungeduldig stets auf der jagd nach ruhen mir reicht's ich habe die schnauze gestrichen voll ihr könnt ohne mich weitermachen ich hoffe dass ich euren namen nie wieder sehen muss dann hau doch ab ich konnte dich sowieso noch nie leihen warst die ganze zeit nur aber das schoss hündchen ach ja noch einen gut gemeinten rat zum abschied dazu dass du aber das kopf so schnell wie möglich beerdigt egal wie sehr du ihn gemocht hast sein haupt mit dir herumzuschleppen ist einfach abartig ihr wartet ihr könnt mich doch nie alleine lassen hallo es tut mir so leid da wer sei mir verdammt solch draben haben sich in den letzten tagen und wochen hier viel zu oft abgespielt es bricht mir jedes mal das herz etwas mit anzusehen du kannst dir denken wie froh ich über jemanden bin wie dich auf die man sich verlassen kann ich kann ich auch auf schwierige einsätze schicken ohne mich für dich fühlen zu müssen und wo wir gerade davon sprechen ich habe einen vorschlag für dich die amtörer gillen oder hat sich bei uns gemeldet sie haben wo ein problem bei dem sie schlagfertige hilfe schlag kräftige hilfe brauchen dabei habe ich sofort an dich gedacht wie wäre es wer wäre sonst auch besser geeignet also überleg es dir und melde ich falls interesses ähm ja natürlich haben wir interesse natürlich machen wir das ja wenn nicht wir hallo was für meine quatschen biken da weg hallo ich will einfach nicht äh es freut mich dass ich deinen weg nach die lange gefördert darf ich dir einen fassen meist berühmten tees anbieten okay irgendwie will sie gerade nicht ah jetzt danke du scheust also keinen weiteren reisen wunderbar wie wie bereits erwähnt hat unsere abenteuer gillen oder um unterstützung gebeten wenn du dir bitte nachkommen möchtest dann reise ich reise in die wüstenstadt melde ich dort im 13 beim modi ich vermute dass diesmal um eine äußerste erhebliche gelegenheit geht aber bei dir habe ich keine bedenken dass du ihre gefahr meistern wirst also gute reise und viel erfolg gut also einmal nach ulda das ist ja überhaupt kein bock kein ding ich muss mal kurz gucken wahrscheinlich fehlen ein paar ep dafür ja knapp 5000 dürften fehlen ne 4000 ich glaube 4000 sind sie fehlen hier tausend ep weil wir vielleicht gar nicht so verkehrt warte mal notizbücher drei dann schon als zufalls inhalt abschließen müssen wir auf jeden fall noch fünf dungeons abschließen gehen geheißer abschließen gehen wir noch als wertvollsten spieler erinnern für das genau mal gucken was als nächstes dran ist wenn monster kind dran ist das gut hallo willkommen im 13 ich bin gerade beschäftigt aber man wird sich gleich um dich moment bist du vielleicht es dann habe ich natürlich zeit für dich aber natürlich mir tun hatte ich bereits angekündigt und nur lobende worte über dich verloren sie schieben wirklich aufgeregt zu sein als ich von dir sprach aber genug gefahr sind du willst vermutlich wissen wo uns der schuh drückt auf oder von mir aus kann sofort losgeht sag bescheid wenn du soweit bist ja sehr schön äh so 17 äh okay ich sag 5000 fehlen halt glänzen sollte aber kommen puh diese hitze bringt mich noch um ich glaube ich brauche erstmal einen kräftigen schluck von moody's besten ah papaschan die anton die seinen auftrag übernehmen will ist gerade hier oh du bist also die mutige heldin über die man in letzter zeit so viele geschichten hört ähm ja es freut mich überhaupt seine verkanntschaft zu machen ich bin papaschan ein ehemaliger gardist der palastwache danke dass du uns helfen willst genug der förmlichkeiten nun erklärt doch schon worum es geht ja aber natürlich nichts lieber ist das es geht um ein anliegen dass ein bekannter der ameljar bergbau oder g eigentlich herangetragen hat ein höchst gefährliches unterfangen aus der tiefe der kupferglocken mine sind unerwartet äh unerwartete riesen aufgetaucht die unter den bergarbeitern ein ziemliches blutbad angerichtet haben genauer gesagt handelt es sich bei den riesen um eka tun was ähm ja war nicht fürchterliche kreaturen die von vor langer zeit während der toren dynastie in die in der mine eingesperrt wurden nun ist es ihnen irgendwie gelungen die steinplatten die sie gefangen hielten zu durchbrechen womöglich haben die minenarbeiter auch so tief gegraben auf jeden fall sind die der rasen verruht über ihre lange gefangenschaft die toren dynastie wir reden also über ereignisse die vor über 300 jahren geschehen sind nicht wahr das ist korrekt meine liebe damals wurde die eka wie auch immer helmen kontrolliert und die als arbeiter in den minen eingesetzt doch wie sollte es anders sein irgendwann versagte der zauber und die riesen erhoben sich gegen ihre herren natürlich in einem verzweifelten versuch die viecher aufzuhalten brachten die uldaner den unteren teil der mine zum einsturz so wurde der aufstand der riesen unter einer gewaltigen filzmasse begraben das erinnert mich an einen artikel im mitri boden darin stand dass die amaja bergbau ag die mine wieder in betrieb genommen hat um nach ohrstoffen zu schürfen die film wieder aufbau dringend benötigt werden vielleicht haben sie dabei zu tief gegraben und aus versehen die viecher befreit unglaublich dass diese riesen nach so vielen jahren noch leben vielleicht ist hat ihr zorn sie ernährt und nun setzen sie ihren aufstand ungebrochen ungebrochenem hass fort ja wahrscheinlich die riesen gefährden unserer arbeit in der mine solange wir sie nicht bändigen können wir uns die wichtigen rohstoffe abschminken deshalb möchten wir dich bitten den aufstand wir aufstand niederzuschlagen ich gebe zu dass es sich dass es sich dabei um keine ungefährliche aufgabe handelt aber du würdest uns einen großen dienst erweisen den wir selbstverständlich entsprechend belohnen werden wirklich dankeschön damit leistest du einen unschätzbaren beitrag zum wiederaufbau uldars weißt du wohin du gehen musst der eingang der kupfer glockmine liegt im westlichen thaler land pass gut auf dich auf bevor du aufbrich solltest du noch ein paar informationen einholen hier im treibstand ist gerade ein angestellter amager bergbau ag der viel über die mine weiß bemalter berg ist sein name hey ja und genau die indie mag ich nicht hallo bemalter berg suchst du nach bemalter berg du hast ihn gefunden ich habe vorhin mitgehört du bist also die abenteuerin die in der kupfer glockmine für ruhe sorgen will du hast ganz schön ganz schön mut hoffentlich bist du ebenso geschickt im kampf sonst wirst du unter tage nicht lange überleben die riesen haben da unten ganz schön gewütet und es gibt keine anzeichen dafür dass ihre vot für verpufft sein könnte mit den rohstoffen auf der mine könnten wir den wiederaufbau nach der katastrophe voranbringen aber nicht so lange die riesen alles kurz und klein schlagen was ihnen vor die füße läuft wir erkannten die geschichte über die aufmüpfigen riesen aber niemand hätte gedacht dass sie noch leben immerhin waren sie waren sie drei jahrhunderte lang lebendig begraben also gingen wir beherzen zwerg und schürften alfred nach neuen rohstoffen wobei wir immer tiefer gruben so tief wie wir jetzt wissen denn als wir eine dicke gesteinsschicht durchbrachen stürmten aus der dunkelheit dahinter die riesen hervor wir haben wir schon bergbau ok hat die mine vorsorglich durch ihre eisenschein für daten abregeln lassen weil er dich bei der wache am eingang zur mine wenn hinein gelassen werden möchte das viel glück okay ja dann müssen wir noch einmal zu sehen dass wir da irgendwie reinkommen ähm ich werde mich einmal für den gliengehalt anmelden vielleicht bringt uns das wird der sahau noch ein bisschen näher und dann haben wir ja hier noch was das sollte an sich ja eigentlich auch helfen also das da kann ich ja mal den kostenlosen teleport nehmen dann gucken wir mal wie wir da weiter kommen ein bisschen Obere Decks Okay, können wir zu Achterburg Jetzt sind halt wieder so die Probleme, um auf das eigentliche Level zu kommen Wie gesagt, beim Schurken würde ich das halt auch gerne noch machen Weil der Schurke ist, glaube ich, näher dran Ah, ne, neben sich nicht viel Können wir zumindest einmal die WS-Ehrung machen Oh ja Da lohnt sich das wirklich Ich dachte, mit dem wäre es gerade geklappt noch Ne So Ah, aber wir haben es trotzdem geschafft Wir sind trotzdem ein Level aufgestiegen Dadurch, dass es eine Daily war Ja, so geht das doch dann Das ist doch easy Easy, pie, wie heiterkalt Damit sind wir da mit 17 So, und dasselbe machen wir einmal für den Schurken nochmal Ähm Die oder Leben Lol Äh, komm Merden wir uns dafür einmal an Gibt es auch noch einen Bonus Weil wir den heute noch nicht gemacht haben Kann natürlich auch sein, dass wir schneller mit dem Auftrag fertig sind, als wir reinkommen Fängstigte Dame Äh, äh, ich will dieser Mann ist verwirrt und will mich in Stücke schneiden Es ist der Messerstecher So, hilf mir doch jemand Dabei war ich hier nur mit einem berühmten Kosmetiker verabredet Ein wahrer Meister, der Mondäne Äh, den soll er sein Zwei Jahre habe ich mein Geld gespart Und dann nochmal ein Jahr gewartet Um, äh, um einen Termin zu bekommen Bei der Kosmetiker ist immer noch nicht aufgetaucht Es ist zum Verzweifeln Stattdessen werde ich von diesem aufdringlichen Kerl bedrängen Hilf mir Wollen wir doch mal hören, was der Verrückte zu sagen hat Wenn du ihn beschuldigst Wer und ahnungslose Frauen zu bedrohen Na, also, sage mal Ähm, okay Beschuldigen müssten mit als einer der letzten Ne, okay, doch nicht Mich sieht das, dass wir als einer der letzten mit drin Hier Beschuldigen wir mal Ich bin selbst ein Opfer Bitte, hör mich an Ich kann keinen französischen Akzent Also bitte nicht getäuscht sein Man hat mir Arbeitswerkzeuge gestohlen Sie waren mein Erz und meine Seele Ohne sie bin ich nichts Ein Niemand Ich flehe dich an Bring mir mein Utensilium wieder zurück Du musst nur mit diesen drei Personen sprechen Pnanza von der Gilde der La Plattner Bertin von der Gilde der La Zimera Und Silverian von der Gilde der La Alchemisten Sag ihnen nur meinen Namen Dann wissen sie Bescheid Ich heiße John Doll Der Koko Koko Waaah Was Was Lol Gut Ähm, einmal die Straße runter Wie gesagt, vielleicht haben wir auch Glück und kommen relativ schnell da Noch mit rein Dann hätten wir zumindest auch Hier was aus der Agenda fertig Weil hier brauchen wir ja nur noch einen Gildengeheiß Huch Einen Gildengeheiß Und einmal jemanden zum besten Spieler hier Oder wertvoll zum Spieler ehren Also es kommt schon so ein bisschen was zusammen, ne Du bist Und einer Hunted Oh mein Gott, was war das Und immerzu damit Herumschweppelklamm Oh mein Gott, was ist das? Ach Lol Okay So, wo sind die anderen? Okay Einer ist in Greta Anja Ah, ich muss schon wieder aufs Klo Hier ist das Letzend Ich bin schon am überlegen, ob ich einfach gleich die ganze Zeit auf dem Klo bleibe Aber ich muss leider aufnehmen Wobei Energy ist dabei bestimmt auch nicht förderlich Wir brauchen noch einen Tank und einen Heiler Wie gesagt, wir sind halt beim Schwurken so ganz kurz davor, ne Über Druide und Thermetika Wollen wir keine Gedanken zu machen Marodeur sowieso nicht Den spielen wir erstmal nicht mehr Wir wollten den ja erstmal nur soweit haben Ja, Faustkämpfer und Taumaturk müssen wir da noch hochkriegen Aber die sind leider auch erstmal noch zu Schwachfühlen Gehirngeheiß Da kann ich leider mit denen auch noch nicht rein Hat John Dein ihn schon wieder kaputt gemacht? Ich ersetze das Ding nicht zum ersten Mal, wahrlich nicht Er ist ein Teil von mir, klagte er immer zu Aber geht er ordentlich damit um? Nein Er ist einfach zu Zu Nonchalant Ach, er wurde ihm gestohlen Der Ärmste In dem Fall werde ich sofort Ersatz leisten Sieh zu, dass du dich beeilst Und zurückzubringen John Dein ist ja so empfindlich, wenn es um sein Werkzeug geht Lass mich raten Der Letzte ist in Ulda Ja Natürlich Natürlich ist der Letzte in Ulda Ich bin gut Ah Ich bin gut Äh, warum renne ich hier hin? Wobei, habe ich die Eichemisten-Geld überhaupt drin? Nein. Okay, was ist da am nächsten? Haben wir da Regentschaft? Die habe ich drin. Ich hab mir dazu Bock, aber warte ich gar nicht mehr. P Gospel hat landslos. F ab jetzt bin ich da och propon das Khorst 세� degrees oder Abente Marketing. Ai, mein Hund ist richtig? einmal harmonizieren. Oh ne, da muss ich hin. Das ist ein komischer Kauz, aber ich mag ihn. Er widmet sich seiner Kunst mit aller Kraft und nimmt sein Handwerk äußerst ernst. Er würde auch einen guten Gildenmeister abgeben. Ich mach da mal die Lieferung fertig. Ich bringe sie eben unverzüglich. Ich habe auch ein paar Pröbchen mit hineingelegt. So. Jetzt dürfen wir zurück nach... Limsa. Also, Gildengehalt brauchen wir nicht. Wir beenden einfach die Quest dafür. Ah, okay. Das war so klar, ne? Das war so klar. Ah ja. Kommt, wir kommen halt trotzdem rein, ne? Wir können trotzdem unsere 17. Da, 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 da. Okay. Warum haben die so schöne gelbe Outfits? Und ich muss immer sehen, wo ich bleibe mit meinen halbnackten Outfits. Und raus mit uns. So. Damit haben wir auch hier wieder ordentlich was für. Hier haben wir endlich Hosen. So. Dafür natürlich noch nicht. Aber jetzt haben wir hier auch schon überall wieder ein bisschen besser aufgestellt. Ja, dann können wir als nächstes mit dem Weitlauf in die nächste Uni. Das machen wir dann aber beim nächsten Mal. Und bis dahin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020